Der Mann, der jetzt auf die Bühne kommt, vom draus, vom Walde kam er her. Nein, es ist nicht der Weihnachtsmann, es ist der Waldmann. Blöder Sprechner, hast recht. Ja, scheiß Spruchfordert jetzt, ich weiß. Heinerwaldmann, alter Freund von mir, auch mittlerweile kann man sagen. Alt, ja. Ja, alt. Wegen Heiner habe ich mir bei uns die Haare auch wieder wachsen lassen, damit ich ihm ein bisschen auf der Bühne auch mit der Versuchung vergleichen aussehen kann. Oh, er ist besser, er sieht einfach besser aus. Ich komme da nicht dran, Heiner. Die Zeiten sind auch fast dumm, ne? Ja, mein Gott. Ja, dann sag mal was. Was soll ich machen? Ja. Oh, wir reiten. Ja, natürlich, wir reiten jetzt, ne? Das Stück, ein Stück von den Doors. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.